In diesem Video geht es um Fear the Walking Dead, Staffel 6, Episode 7, das Mitseason-Finale der aktuellen Staffel. Obwohl sie 16 Folgen haben wird, weiß ich nicht, wieso, warum man sich entschieden hat, nach der 7. Folge in Pause zu gehen. Aber ich will vielmehr sagen, was für eine Enttäuschung für das, was sie angekündigt haben. Und bevor ich genauer darauf eingehe, sei noch einmal daran erinnert, dass ich heute Abend, wie jeden Montagabend, um 22 Uhr einen Livestream veranstalte, in dem ich mich mit euch da draußen ganz ausführlich über all die kleinen Details der aktuellen Folge unterhalten werde von Fear the Walking Dead, als auch die aktuelle Folge von World Beyond. Ich hoffe, ihr habt dann beides gesehen, wir wollen uns über alles unterhalten. Und damit ihr das nicht verpasst, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke für Benachrichtigungen zu aktivieren, oder ihr stellt euch zumindest einen Wecker und schaut dann um 10 nochmal auf dem Kanal vorbei. Nun aber zur aktuellen Folge und ich muss sagen nochmal, was für eine Enttäuschung für das, was AMC im Vorfeld getan hat. Denn ja, es ist zwar ein Sender und die wollen ihre Einschaltquoten und sagen euch natürlich immer wieder, das wird so eine geile Folge und wir haben so eine Überraschung für euch geplant. Aber was die noch gemacht haben und das fand ich viel heftiger ist, ihr müsst euch vorstellen, man kann in den USA den Sender dafür bezahlen, die Folgen vorab gucken zu können. Auf die Art ist es möglich, für viele Leute dort die Folgen schon am Freitag zu sehen und nicht auf Sonntagabend warten zu müssen. Und das finde ich ein Konzept, das kann man machen, das funktioniert. Das machen ja auch viele, weil sie die Folge einfach schon so früh wie möglich sehen wollen und sich vielleicht nicht selber spoilern lassen wollen. Das verstehe ich, ist in Ordnung. Nun, für diese Folge speziell hat AMC genau dieses Konzept gestrichen. Obwohl die Leute in so einem Abonnementsystem das Ganze schon bezahlt haben, hat AMC sich dazu entschieden, die Folge nicht vorab auszustrahlen. Keiner konnte sie vorher sehen, alle mussten sie gleichzeitig gucken in den USA. Und ich denke mir, okay, wow, die haben irgendwas geplant, das denken sich alle. Die haben irgendeine Überraschung geplant, aber was kann das sein? Was für eine Überraschung ist groß genug, dass man so einen Wirbel darum macht? Und natürlich brodelt die Gerüchteküche und man denkt sich nur noch, wer kann da zurückkehren? Was kann es denn sonst anderes sein? Es muss jemand zurückkehren, jemand, den wir so lange vermisst haben, jemand, auf den wir warten. Und wer bleibt denn da anderes übrig als Madison? Sie ist die Einzige, die nicht wirklich onscreen gestorben ist. Und deswegen denken sich alle, oh ja, holt Madison zurück, ja man. Weil ja, Madison war ein beliebter Charakter und ich verstehe es. Und das kann doch nicht Travis sein, Leute, der wurde angeschossen und ist aus dem Helikopter in der Luft runtergefallen und ist dann runtergesprungen und tot. Ja, komm, machen wir uns keine Hoffnung. Aber für Madison sehe ich genauso schwarz, ganz ehrlich. Sie war in diesem Stadion eingesperrt mit dem Rücken zur Wand und vor ihr Unmengen an Beißern, dann wirft sie das Ding da, dieses brennende Teil da, ich vergesse, wie das heißt, das Leuchtfeuer vor sich hin und plötzlich geht alles in Flammen auf, plus die Beißer kommen auf sie zu. Wie sollte sie da in Kommen sein? Natürlich, ja, wir haben sie nicht onscreen sterben gesehen, ich weiß. Und was bleibt der Schauspielerin anders übrig, als zu sagen, vielleicht, ja, wer weiß, AMC neigt dazu, tote Charaktere zurückzuholen. Vermeintlich tote Charaktere oder Charaktere, die nicht mehr da sind. Man denke an Morales und ich hasse es, dass man sie zum neuen Morales macht. Denn ganz ehrlich, Morales war so lange ein unwichtiger Charakter. Er war nur in der ersten Staffel da, für ein paar Folgen. Und fünf, sechs, sieben Jahre später bestehen die Leute darauf, zu wissen, was mit ihm ist und er könnte ja zurückkommen. Und AMC, glaube ich, hatte genauso wie ich die Schnauze voll davon. Hat ihn zwar zurückgebracht, nur um ihn instant einfach nur wegzuknallen, zu sagen, ist doch egal, wer es war. In Daryls Worten, ja, egal, ne, wer das war. Scheißegal. Und ja, Madison ist ein bisschen wichtiger gewesen und wesentlich länger dabei gewesen als ein Morales. Verstehe ich total. Aber ganz ehrlich, die ganzen Leute, die das so unbedingt sich wünschen, ich denke mir, versteht ihr nicht? Seht ihr denn nicht, wie erfolgreich diese aktuelle Staffel ist? Und das ganz ohne Madison. Und selbst Walking Dead kriegt es auch hin, ohne Rick Grimes. Und bei all den anderen, die auch schon draufgegangen sind. Es funktioniert trotzdem. Serien können weiterlaufen, auch wenn diverse Charaktere draufgehen. Man kann das machen. Also, ich verstehe nicht, warum so viele darauf beharren und das sich unbedingt wünschen. Klar wär's cool. Aber im Prinzip hat mir genau das, für viele Leute übrigens, von dem, was ich so jetzt schon als Feedback aus dem Internet hier als Resonanz lese, für viele hat das die Folge richtig ruiniert. Mir persönlich einfach nur diese Erwartungshaltung auf eine richtig geile Folge. Denn sie war gut. Ja, sie war gut. Im Rahmen der aktuellen Staffel fand ich sie vergleichsweise fast schon mittelmäßig im Vergleich zum Rest. Aber keineswegs, wirklich keineswegs, auch nur annähernd so gut wie das, was AMC vorher angekündigt hat. Weil, ey, nee, komm, hör auf. Dafür, diesen ganzes Trara, nee. Es ist eine Alicia-konzentrierte Folge. Alicia ist ein Charakter, den mögen echt viele. Ich mag sie auch. Die Schauspielerin als auch den Charakter hab ich echt gern gewonnen im Laufe der Jahre. Und sie hat gefehlt in dieser Staffel bisher, seien wir ehrlich. Und es ist schön, sie zu sehen, auch mit Charlie an ihrer Seite, obwohl Charlie ein, in meinen Augen, doch arg verhasster Charakter ist. Auch für mich jedenfalls. Selbst hier fand ich sie fast schon mögenswert. So, es liegt so eine Entwicklung an den Tag, wo ich mir denke, okay, ja, gut, nimm sie mit. Sie war so ein Side-Charakter, die war einfach nur da, damit Alicia nicht alleine ist und nicht alleine dieser Bedrohung gegenübersteht. Weil im Endeffekt soll ja niemand alleine alles perfekt handeln können, sondern auch mal, so ein Charakter wird greifbarer, wenn er Schwierigkeiten hat, wenn er leidet und wenn ihm irgendwas schwerfällt. Und da brauchen sie natürlich Hilfe. Und in dem Moment hat Alicia die Hilfe von Charlie, die sie dann quasi rettet. Zweimal, glaube ich, sogar in dieser Folge. Und im Endeffekt ist das Ganze hier interessant aufgebaut von der Idee her. Und konzeptmäßig fand ich es, wie gesagt, eine solide, gute Folge. Aber das gewisse Etwas fehlte mir auf jeden Fall. Nun, wir fangen damit an, dass Dakota hier in Sicherheit gebracht werden soll. Plötzlich wird der ganze Konvoi angegriffen. Natürlich bleibt hier erstmal im Laufe der gesamten Folge sehr, sehr viel Spielraum. Wer kann das sein? Wer sind diese ominösen Angreifer, die erst den Scout vorne ausschalten, plötzlich die ganzen Soldaten hinterher, vor allem so viele auf einmal. Und bezüglich der Auflösung zum Angriff am Anfang, denke ich mir, dass Morgan es alleine geschafft haben soll, all diese Leute umzubringen, ohne, und ich wiederhole wirklich, ohne Schusswaffengebrauch. Ich bin davon überzeugt, dass er keine Schusswaffe eingesetzt hat. Denn, gut, vielleicht doch. Eigentlich muss er. Aber ich würde es nicht verstehen, weil das sollten, auch wenn sie mit Pferden geritten sind, Strand und diese Frau irgendwie mitbekommen haben, gehört haben, denke ich mir. Sobald Schüsse fallen, hätte irgendjemand einen Funkspruch rechtzeitig abgeben müssen, um ihn zu kontaktieren. Stattdessen hat Strand sein Ziel erreicht, diesen abgesägten Baum. Man hat den Hinweis gefunden, dass das Ganze hier Absicht ist und kein Unfall oder so war für den Reiter, der vorne weggeritten war, den Scout, wenn man so will. Und plötzlich schafft es Morgan ganz alleine hinten, so viele Leute auszuschalten. Ja, er ist gut, verdammt nochmal. Aber zumindest hätte doch einer Strand warnen können. Nein, nichts dergleichen ist passiert. Wir tappten die ganze Folge lang total im Dunkeln. Wer war es denn eigentlich denn nun? Denn obwohl wir dann später auf Ed treffen, und ich habe ihn sehr stark verdächtigt, gleichzeitig könnte man auch diese, wie wir sie nennen, Philosophen hier, also die Leute, die diesen Text schreiben, the end is the beginning, das Ende ist der Anfang, hätten das auch sein können. Natürlich, die haben Ende auch in der letzten Folge Tanktown vernichtet oder angegriffen und es damit zunichte gemacht. Und es hätte alles und jeder sein können. Da war so viel Spielraum. Und natürlich denkt man sich, was kann es sein, was kann es sein. Am Ende war es halt Morgan, der das Ganze alleine hinbekommen hat, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt gern gesehen. Im Endeffekt so im Dunkeln zu tappen ist zwar cool, aber zumindest so eine Auflösung, wo ich mir denke, Alter, wie hast du das alleine hinbekommen? So viele. Wie stark ist der Kerl bitte? Wollt ihr mich total verarschen? Gut. Dakota selber, der Charakter, die hier so mit im Fokus stand, stand mir wieder zu wenig im Fokus. Ich denke mir, prinzipiell hat sie eine interessante Story. Und dadurch, dass es eben direkten Bezug auf den Feind in dieser Staffel hat, auf Virginia, hätte ich mir so viel mehr gewünscht. Wir haben eine Information bekommen, dass Virginia die Eltern getötet hat und das war es. Und das ist so enttäuschend. Das ist so enttäuschend wenig. Und Dakota wird über die ganze Staffel so stückweise aufgebaut, aber immer noch so unwichtig und klein gehalten. Es macht keinen Spaß, sie zu sehen, finde ich. Sie wirkt so, als sollte sie ein interessantes Geheimnis darstellen, aber ich persönlich finde sie einfach nur mega langweilig. Und stattdessen kommen wir zu dieser interessanten Thematik in dieser Folge. Alicia soll sie halt retten gehen, alles klar. Sie macht sich auf die Suche, findet dieses Haus, findet natürlich auch auf Anhieb die Kleine, aber vor allem trifft sie auf Ed. Und Ed ist jemand, der, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dem Schauspieler jetzt mal völlig abgetan, der Charakter, dieser Mensch, den wir dort gesehen haben, der ist einfach, dieses Verhalten, ich versuche dieses Verhalten immer noch zu begreifen und jetzt auch mal richtig wiederzugeben. Es ist halt eine Art und Weise, wo ich prinzipiell Angst vor hätte oder einfach nicht wüsste, wie ich damit umgehen sollte. Ich glaube, das Beste, was ich hätte machen können, in dem Moment, wäre immer mehr zu deeskalieren, ruhig zu bleiben, die Waffen wegzulegen, mit ihm versuchen, so verständnisvoll wie möglich zu reden oder im Zweifelsfall, wenn man irgendwie Angst vor ihm hat, ihn im schnellen Moment kalt machen und zwar wirklich kalt machen und nicht nur möchte gernmäßig ihn betäuben. Ähm, gut, dass sie in dem Moment nicht weiß, dass man eine Vene treffen muss, ich glaube, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte es in klassischer Filmmanier eben einfach reingedrückt und wahrscheinlich denselben Fehler gemacht wie die Kleine, ähm, weil ich mich mit sowas jetzt auch nicht perfekt auskenne, dass der Scheiß in die Vene rein muss. Okay, wieder was gelernt. Nur der Punkt ist, sein Verhalten, die ganze Zeit über, ich will euch doch beschützen, ich will euch doch nicht hier behalten. Alter, wenn du Leute beschützen willst, bedrohe sie nicht mit einer Waffe. Rede mit ihnen und wenn sie nicht wollen, deinen Schutz, dann lass sie gehen. Auch seine Leidensgeschichte war wieder interessant, denn es hatte direkt einen Bezug auf Virginia. Seine Familie ist gestorben und darunter leidet er. Stattdessen hat er angefangen, neben den Beißern, äh, neben Tieren, oder nachdem sein Vater Tiere präpariert hat, hat er angefangen, an Beißern rumzuarbeiten und rumzudoktoren. Eine sehr interessante Thematik, mehr oder weniger, ähm, ist mal was anderes in der Welt von Walking Dead, aber darüber hinaus halt auch nicht so relevant. Die Idee dahinter, sein eigenes Haus und Heim dadurch zu beschützen, indem er abschreckende Beißer erschafft, finde ich ein cooles Konzept, aber mehr auch nicht. Denn, ganz ehrlich, selbst wenn man sie sieht, in meinen Augen weckt das mehr Neugier als Angst, würde ich sagen, da fand ich den, ähm, wie war sein Name? Ich hab den Namen vergessen, der von den Mülleuten aus Walking Dead, Wilson, irgendwas mit W, ähm, den Beißer, der mit diesen Stacheln dann verseht war, der war ja so viel geiler, so viel gefährlicher, viel, viel besser präpariert, ganz ehrlich. Und, ja, gut, also da kann man davon halten, was man will. Im Endeffekt war das ein angsteinflößender Typ in meinen Augen, auch wenn das versucht hat, nicht zu sein. Irgendwie hat seine unheimliche Art mir mehr Angst gemacht und Sorgen gemacht. Und es war spannend, es war irgendwie alles pure Anspannung in dem Haus. Und man fragt sich die ganze Zeit, was wann wie passiert. Vor allem dieser saudämliche Move am Ende, die ganzen Beißer dann ranzuholen und das eigene Leben irgendwie in Gefahr zu bringen, das war ja mal völlig bescheuert, da die Musik laufen zu lassen. Wirklich, manche Menschen soll man einfach nicht verstehen und nachvollziehen können. Im Endeffekt kommt im richtigen Augenblick Morgan rein, was wieder mal eine coole Wende ist und Morgans geiler Auftritt, wie er es schafft, immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, hier den Tag zu retten, alle zu befreien. Es war ansehnlich, es war einfach nur schön anzusehen, ein wundervolles Wiedersehen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und dennoch bleibt das Mysterium um die Person, die ihn gerettet hat, nachdem er Ende der letzten Staffel angeschossen wurde, ein Geheimnis. Auch hier, nach wie vor ist diese Auflösung, es könnte ja Madison sein, nicht vom Tisch. Denn, wir wissen immer noch nicht, wer ihn gerettet hat. Irgendeine mysteriöse Frau. Viele tippten selbstverständlich auf Sherry, aber sie war es nicht. Die beiden haben sich zum ersten Mal gesehen und untereinander nicht wiedererkannt. Also auch sie ihn nicht, nachdem sie ihn ja vermeintlich gerettet haben soll. Von daher ist es in meinen Augen jetzt immer noch ein Rätsel. Und ich denke, die Option, dass man Madison zurückholt, ist tatsächlich immer noch im Raum. Und ich finde es zum Kotzen, ich wünschte, man würde es wesentlich härter dementieren. Aber seien wir ehrlich, das hält natürlich auch Fans bei der Stange. Und ich verstehe, wieso man es macht. Auch wenn es mich nervt, auch wenn es mich ärgert, weil ich finde es nicht wichtig. Ich bin einfach nur gespannt, was sie daraus machen. Und ich freue mich einfach auf das, was noch kommt. Denn seien wir ehrlich, es ist eine super starke Staffel im Augenblick. Und auch diese Folge jetzt mit der Auflösung am Ende, was glaube ich diese Überraschung sein sollte, war gut. Also die Folge selber, wie gesagt, die ganze Thematik in diesem Haus eingesperrt zu sein, diese Gefahr, die dann aufgebaut wurde, es war eine gute Anspannung da. Es hat auch Spaß gemacht. Alicia in Action zu sehen, ist einfach fantastisch. Es ist eine großartige Schauspielerin dahinter. und die ganze Szenerie, die ganzen Dialoge, alles hat gesessen. Alles fand ich wirklich bis auf den Punkt wirklich gelungen. Und darüber hinaus dann am Ende dieser Auflösung zu sehen, dass sich Strand hier weiterhin weigert, sich Morgan anzuschließen, sondern immer noch lieber bei Virginia Blatt bei Angst hat, gejagt zu werden. Geht er hin und immerhin muss ich ihm anrechnen, hat er die Eier in der Hose, ihr zu sagen, du pass auf, deine Schwester geht's gut. Und sie ist auch in Sicherheit, aber sie ist bei Morgan. Und ich denke, inzwischen haben viele mitbekommen, dass Virginia nicht gut auf Morgan zu sprechen ist. Und diese Tatsache hier, ihr ins Gesicht zu sagen, das erfordert eine Menge Mut, finde ich, weil vorher hat er nicht ohne Grund eine Menge Angst, ihr zu sagen, dass die Kleine gerade verschwunden ist, möglicherweise entführt ist oder weiß Gott wo. Und ja, das hätte mehr Ärger bedeutet. Dass er jetzt so mit heiler Haut davonkommt, finde ich ziemlich cool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe diese große Auflösung am Ende nicht verstanden. Ich sage es euch, wie es ist. Wir haben inzwischen mitbekommen, aufgrund der Verteilung all der Charaktere, weshalb wir auch so viele einzelne Charakterfolgen haben in dieser Staffel, habe ich gedacht, Grace wäre einfach nur an einem weiteren, anderen, unbekannten Ort. Nun, wie sich herausstellt, wird sie in so einem geheimen Raum versteckt. Okay. Es sind schon viele Monate rum. Wie war das? 270 Tage laut John Dory? Soweit ich mich erinnere, in dem Zeitraum sind wir gerade, nachdem man die Westernstadt verlassen hat. Und das waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ungefähr sieben Monate. Also, seien wir ehrlich, Grace ist hier schon sehr, sehr schwanger. Die ist relativ nah am Entbindungszeitraum. und wir haben sie jetzt gesehen und sie ist da und sie ist am Leben und sie wird hier irgendwie noch gesund gehalten. Das ist in Ordnung. Was ich damit anfangen soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt sehen wir Strand, wie er sich umdreht und sagt, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? So auf einmal, als hätte sie ihm Fort Knox persönlich hingelegt, ist er Feuer und Flamme, ihr zu helfen. Zu sagen, okay, was willst du? Was kann ich für dich tun? Und sie will alles und jeden zurückhaben. Wo ich mir denke, bist du es nicht langsam leid? Ich verstehe manche Punkte nicht. Ich verstehe sie nicht. Sie ist einfach so ein unerklärter Charakter. Ich wünsche mir so viel mehr Hintergrundinformationen zu ihrem Charakter. Es gibt andere Bösewichte, die werden so viel mehr gezeigt oder teilweise auch weniger gezeigt, aber wir wissen mehr über die als über Virginia und das ist es, was mich gerade so hardcore abfuckt, glaube ich, dass ich ihre Beweggründe nicht nachvollziehen kann, auch die von Strand nicht und ich finde es keineswegs irgendwie mysteriös oder meine Neugier erweckt und das fuckt mich ehrlich gesagt nur ab. Ich will viel mehr sehen, was sie vorhaben oder wissen, was sie vorhaben, was sie planen und dann eher sehen, wie sich das Ganze einander ausspielt, die Pläne, die beide Seiten haben. Das ist jedenfalls mein Ansatz. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, insgesamt fand ich es eine relativ solide, gute Folge, nur enttäuscht aufgrund der Erwartungshaltung, der viel zu sehr aufgebauschten Erwartungshaltung. Das ist mein Leiden an dieser Stelle. Ansonsten freue ich mich natürlich auf den Austausch heute Abend und hätte gern von euch so ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat. Wie fandet ihr die Folge? Wie waren eure Erwartungen? Denkt ihr, Madison kehrt zurück und findet ihr das dann gut oder denkt ihr dann eher so wie ich, ist doch eigentlich total Rille, lass dich tot sein, scheiß drauf. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare, bewertet das Video, je nachdem, wie es euch gefallen hat, gut oder schlecht. Daumen hoch, wenn mir lieber. Danke euch im Vorfeld. Ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend im Livestream oder spätestens im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Musik Musik